Moment mal Moment Leute Lass uns mal die Spitzhacken gemacht Moment Ich muss die in der Truhe reintun Gut, ich brauch die nämlich dringend Wie gesagt, ich hab ja alles von der Arbeit zurückgekehrt Du wirst ja gefälligst gleich wieder arbeiten So, Sam, das muss am Spitzhacken reichen So, Robin, jetzt geh arbeiten Mein Inventar an Spitzhacken ist jetzt voll Aber ich weiß nicht, ob Robins voll ist Robin, komm, wir gehen jetzt unten arbeiten Ich hab eine Robin, da sind paar Spitzhacken drin, bedien dich Da ist gar keine drin Du bist so ein Pädder, weißt du das? Ja, ich hab jetzt zwei Hallo, ich hab zwei Ich hab da jetzt wieder ein paar reingepackt, Robin Die kannst du erstmal nehmen Robin, bist du schon unten, oder wo bist du? Er ist hier oben Ich muss arbeiten Zocka, bei dir ist auch noch eine drin Der ist auch noch eine drin Der ist meine Spitzhacken Halt! Das ist meine Truhe Was ist da drin? Oh, Messer! Nein, ey, komm Du hast die andere Truhe auch schon gesehen, oder? Ich hab leider all meine Spitzhacken verloren Mach, da hinten, da hinten, wo ich in den Lava gefallen bin Da müssen noch ein paar, äh, da müssen ein paar Stöcker sein Da muss ich erstmal zurück Warte, Robin, hey, das ist meine Kiste Ähm, ja, was, wo, äh Ja, Robin, komm, wir arbeiten jetzt Sam holt jetzt seine Sachen Ja, dann mach Licht da unten an, ich hab Angst Ja, Moment mal, dann baue ich ein paar Fackeln hin Zocka Ja, Moment, ich muss erstmal für Robin Licht anmachen Moment, Moment, Moment Was denn? Dann gehe ich nicht in die Lava fallen, ist alles okay Ja, warte mal, ich muss für Robin hier Licht anmachen Hey, hier ist Erz Ey, hier ist die Map Schubst du mich nicht da rein? Die Map hat sich bei mir nicht geladen Bei mir ist ein riesiges Loch drin Da ist schwarz Und jetzt? Ich hole Ich hole meine Sachen wieder Ich kann nicht weiter runter, Rox Das ist bei mir die Map sich nicht geladen Ich würde wieder fast Warte mal, hier ist rot Ja, das ist rotes Gestein, das können wir nicht abbauen Warte, wo, warte, wo, 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 wo waren jetzt unsere Materialien? Links oder rechts? Guck beide nach Rox, das arbeitet da unten schon mal Wo bin ich hier? Ich glaub da hinten, da unten irgendwo Rox, das arbeitet da unten schon mal Ich muss mal kurz was holen Das war irgendwo Hä, wo war denn das? Wo haben wir unsere Materialien eingeschlossen, Zocka? Welche Materialien? Die ich abgeworfen habe, wo war das? In irgendeine Ecke Keine Ahnung In irgendeine Ecke wusste ich auch noch Aber ich wusste nicht mehr in welcher Robin Ich bin am Arbeiten Was am Arsch? Hilfe! Okay, komm So gemeint bin ich nicht Ich lass das Ich hab's wieder abgedichtet Es ist schwarz Ich seh nicht mehr Robin, nicht ertrinken Es ist dunkel Und bei der DIN hat es sich nicht geladen Ich kann nicht auch unten laufen Ich weiß nicht, wo ich bin Ja, weil ich die ganzen Fackeln ausgemacht habe Wegen dem Wasser So, ich weiß nicht mehr, wo wir das abgeworfen haben Ich auch nicht mehr Robin, komm schon, Robin Wir machen jetzt noch eine Wir fluten jetzt nochmal Robin Okay, Robin, dann zeig dir mal die Höhe, wo wir gearbeitet haben Ich weiß nicht, 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 wo wir gearbeitet haben